So Freunde, Teil 2 Warboard. Ihr sucht euch ein Fleckchen Wand zu Hause oder am besten ihr macht es an der Tür, die könnt ihr dann abwischen. Okay? Nummer 1, gegen die Wand oder Tür lehnen. Beine sind parallel. Wir haben quasi hier einen rechten Dickel der Reckchen und dann entweder Bein nach oben halten oder wenn er pass sei, nach vorne halten. Wir sind noch 30 bis 60 Sekunden Uhr. Das ist immer die kleine Norm. Wir ziehen so eine Sache 30 bis 60 Sekunden durch und dann nehmen wir den nächsten Komplex. Damit wir da 5 bis 6 Runden schaffen. Denkt dran, die Einsteiger erst mal testen und dann zum nächsten Komplex. Dann Sit-ups. Ganz verhauen, oder hochwerfen. Einfach hier hoch. 30 bis 60 Sekunden. Dann Liegestütze. Wir machen die Post so schnell wie möglich. Ansonsten gerührt den Ball. Geht hier daneben. Und die Post untergreifen weiter auseinander. Okay? Könnt ihr immer mal was wieder weiter machen. Dann Superman Crunches. Jetzt wird es ein bisschen warm. Beine an den Kopf. Füße hoch. Und in die Spitzenkontraktion. Wieder so leichtes Wohlkreuz. Und Spitzenkontraktion. Und Spitzenkontraktion. Und Spitzenkontraktion. Da im schönen Wallich. Und die letzte Dauer. Müsst ihr auch wieder gucken, wie weit es verkraftet. Probiert es erstmal hier. Ihr nehmt den Ball hier. Guckt mal, die Füße liegen auch. Und dann lehnt ihr euch eher nach hinten. Macht das Kontrollieren. Tastet euch ganz langsam an. Wer froh ist. Arme hoch. Ball hoch. Und dann schön nach hinten lehnen. Immer so weit wie ihr könnt. Wie gesagt, habt ihr es unter Kontrollen. Also nochmal. Mindestens 5 Runden. Jeden Komplex. 30 bis 60 Sekunden durchballern. Dann quasi ohne Pause direkt wechseln zur nächsten Übung. Erst wenn ihr die kompletten 5 Komplexe durch habt. Dann könnt ihr ein Päuschen einlegen. Und dann davon 5 Runden. Nr. 1 Wand. Beine bilden rechten Winkel. Ball ausgedreckt halten. Nr. 2 sind Sit-Ups. Nr. 3 sind Sit-Ups. Ach, Liegeschild. Verzeihung. Das ist normales Leiter. Nr. 4 sind Superman Crunches. Ball lang hinten. Und Spitzenkontraktion. Ihr könnt euch hier auch gerne was in den Rücken legen. Damit ein bisschen ein Handtuch oder so. die Kette die Lordose unterstützt. Und dann nehmt ihr den Ball hier vorne hin. Lehnt euch zurück. Oder ihr geht hier hoch. Und lehnt euch zurück. x-mal gleichmäßig. Okay? Haltet durch. Bleibt stark. Bleibt gesund. Sport frei, Kinder. Und viel Spaß. Einfach durchbeißen. und viel Spaß beim Weihnachten. So. Vielen Dank.